Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier Non-Fat Payrolls Live Trading. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei sind und erstmal wünsche ich natürlich uns allen ein erfolgreiches Jahr, nicht nur Börsenjahr, sondern tatsächlich insgesamt ein wirklich sehr gutes Jahr und vor allen Dingen mit viel Gesundheit. Das ist immer noch viel wichtiger als alles andere und ja, traditionell starten wir ja auch in diesem Jahr wieder mit dem Non-Fat Payrolls Webinar, weil ja vom Termin her natürlich sich anbietet, auch damit anzufangen und ich freue mich natürlich auch sehr, dass Dirk wieder mit uns diese Webinarreihe macht und sage an der Stelle auch schon mal Hallo, aber wie immer, bevor ich übergebe, müssen wir auch in diesem Jahr über den Risikohinweis sprechen, denn auch diese Webinarreihe bzw. unsere Termine hier zusammen dienen nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen, das ist ganz wichtig und ja, bitte nicht dieses Event als Handelserfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Dirk vielleicht heute den einen oder anderen Trade auch macht. Ich glaube, ich habe mich gar nicht furchtig vorgestellt. Natürlich für die, die neu dabei sind, mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße den Namen von FX Flat und habe jetzt auch wirklich genug geredet und übergebe sie jetzt sehr gerne an Dirk und wünsche viel Erfolg und viel Spaß, aber ich werde natürlich hierbleiben und schauen, dass es dem Dirk gut geht. Und damit sage ich auch ich, hallo und herzlich willkommen zum ersten NFP Live Trading heute bei FX Flat mit dem Nelson in Originalbesetzung, das Ganze gleichzeitig bei Goto Webinar und auf YouTube. Sollte irgendwas technisch nicht funktionieren, schreibe es irgendwie kurz gerne irgendwo in die Kommentare, aber ich glaube, erstmal sieht das alles so weit so gut aus. So und wie immer machen wir ja beides parallel, habe ich ja gerade schon erwähnt und deswegen der Nelson im Hintergrund darf natürlich jetzt auch sehr gerne nochmal ganz schnell was sagen. Hallo Nelson. Ja, hallo YouTube, frohes neues Jahr, viel Erfolg dieses Jahr und ja, schön, dass ihr auch hier wieder mit dabei seid. Jo, finde ich auch. So, ich weiß noch gar nicht so genau, wo ich anfangen soll, aber ich glaube auch von meiner Seite erstmal an alle hier, die über FX Flat dazugekommen sind und nicht über YouTube natürlich auch ein frohes und gesundes neues Jahr von meiner Seite. Das muss natürlich sein, das ist nicht nur der Anstand, sondern das ist auch genau so gemeint, weil wir machen das ja hier alles um, damit wir ja auch alle irgendwie so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen froh sind, aber Spaß daran haben, halt eben den Markt erfolgreich greifen zu können und deswegen gibt es dann auch immer wieder diese Webinare und gerade die Non-Farm Payrolls ist, glaube ich, wirklich so der Klassiker. Damit haben wir irgendwann mal angefangen vor, keine Ahnung, wie viele Jahren inzwischen. Sechs Jahre könnten es eigentlich schon fast sein und das hat halt so ein bisschen die größte Tradition in der ganzen Geschichte. Wie immer gilt, stand auch vorhin schon da, alles, was ich sage, ist keine Handelsempfehlung, Handelsempfehlung, beziehungsweise auch, was ich handele, ist keine Handelsempfehlung, es ist immer nur meine Sicht auf den Markt und meine Sicht auf die Dinge, wie sich was entwickeln könnte und danach gehe ich dann halt eben vor. Mich würde es natürlich auch freuen, auch wie beim letzten Mal oder wie letzten Maler hier so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wer zum ersten Mal dabei ist, der schreibt es bitte gerne irgendwo in die Kommentare. Einfach mal ein X machen oder neu reinschreiben, damit ich halt irgendwie auch immer weiß, wo ich halt irgendwie ansetzen muss und weil für mich immer viele Sachen dann halt irgendwie auch ja so selbsterklärend sind, wo dann jemand anders vielleicht sagt so, hä, was macht denn der da und wie meint der das denn und dann weiß ich halt immer, wo ich dann halt irgendwie ansetzen muss. Also wenn ihr etwas nicht versteht, bitte auch gerne währenddessen reinschreiben und ich versuche dann so gut es geht, da natürlich auch drauf einzugehen. Alles werde ich vielleicht nicht beantworten können, das ist klar. Technische Sachen zum StairTrader hier bitte nicht, weil die werden wir halt nicht unterkriegen und dafür wird die Zeit höchstwahrscheinlich fehlen. Aber alles andere, was jetzt irgendwie mit dem Markt zu tun hat, versuche ich natürlich dann halt hier irgendwo dann halt auch zu beantworten. Gut, so, kurze Rede, langer Sinn. Ach, jetzt habe ich das Intro gar nicht für die NFPs, da habe ich sonst immer so schöne Fahne und Gedöns. Das müssen wir heute dann mal halt irgendwie weglassen. Außer ich schraube das jetzt hier noch heimlich im Hintergrund, aber ich fürchte, das geht schief. Deswegen blende ich jetzt direkt rüber auf das Bild. Und ich glaube, das hat ja auch jeder jetzt irgendwie verstanden. Wir sind hier bei den NFPs, bei den Non-Farm-Payrolls. Und die versuchen wir halt in irgendeiner Form so zu greifen, dass man da halt ein paar Punkte rausschneiden kann. So, und dazu gehört natürlich, dass wir uns erstmal den Markt angucken. Ich bin halt immer, hier sind ja dann doch irgendwie so zwei, drei, die neu sind oder ein paar mehr halt auch. Und von daher setze ich da halt auch mal an dem Punkt vor allen Dingen an, weil ich halt immer sage, hey, so, irgendwie fundamental ist es nicht meine Baustelle. Ja, und sondern ich versuche halt immer rein nach dem Bild vorzugehen im Markt und mich nicht eben dran aufzuhalten, was jetzt halt irgendwie zum Beispiel der Inhalt von News ist. Ich bin halt immer der Meinung oder handele nach der Meinung, dass News halt dazu da sind irgendwie oder genutzt werden, sagen wir es mal lieber so, genutzt werden von bestimmten Playern, wer auch immer das ist und wer auch immer dahinter steckt. Aber um eben den Markt in eine Richtung zu schicken, wo er ansonsten nur mit wesentlich mehr Kapital hinzubewegen ist. Das liegt einfach daran, weil natürlich bei den News halt das Volumen recht dünn ist und weil sich da, also das heißt, das Orderbuch wird halt insgesamt recht dünn. Der US-Markt hat ja sowieso noch nicht auf, der Aktienmarkt, das heißt, alles, was sich hier jetzt irgendwie dann bewegt, wird durch den Future halt generiert. Und da geht halt das Volumen immer zurück bei News. Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, warum das so ist, muss ich ehrlich gestehen. Vielleicht sind das halt irgendwelche Policies von irgendwelchen Companies, sei es jetzt von Fonds oder halt zum Beispiel Positionen hedgen und so weiter. Vielleicht gibt es halt einfach so bestimmte Vorschriften, die dann sagen, hey, so bei News müsst ihr halt irgendwie so das Buch auflösen. Könnte sein, ich weiß es nicht. Da kann man halt auch immer so ein bisschen raten, solange man da halt keine echte Information hat. Fakt ist aber, es wird dünn bei News und dann ist es halt natürlich möglich mit sehr, sehr wenig Kapital, also vergleichsweise wenig. Ich meine, unser Kapital reicht nicht, also meins zumindest nicht. Ob euers reicht, weiß ich nicht. Aber man kann da halt eben schon mit ein paar hundert Future-Kontrakten dann halt wirklich den Markt halt durch die Gegend schicken. Und das sieht man halt eben immer bei News. Und deswegen, auch schon deshalb, gucke ich nicht irgendwie auf das Fundamentale, was jetzt zum Beispiel halt die News dann hergeben. In dem Fall sind es halt eben die Arbeitsmarktdaten. Und weil das lässt sich halt auch noch in alle Richtungen interpretieren. Ja, wenn jetzt irgendwie gute News kommen, gute Arbeitsmarktdaten, unerwartet hohe Beschäftigung und der Markt fällt, und dann heißt es nachher, ja, das hat man halt genutzt, um dann halt mal trotzdem Gewinnmitnahmen halt zu generieren, war schon eingepreist. Und wenn es dann trotzdem steigt, heißt es, ja, die guten News waren schuld. Von daher halte ich mich da halt immer extrem zurück und halte das halt auch generell für keinen guten Ansatz. Deswegen halt, das nur mal hier ein bisschen weiter ausgeholt, rein technisch. Ich werde mich jetzt auch hier auf den DAO beschränken. Das ist ja immer mein Handelsinstrument bei den NFPs und nicht den DAX. Ich habe zwar hier den DAX auf, das kommt aber halt eben auch aus meiner täglichen Betrachtung. Dazu nur ganz kurz ein Wort. Also das Review werde ich dann halt irgendwie jetzt hier nicht machen zu dem, was ich gesagt habe. Ich wollte aber nur ganz in Kürze, ich wollte halt runter auf die 530. Von daher halt möglicherweise dann auch gerne nochmal hoch, habe aber dann auch gesagt, dass der Markt dann halt, also das war halt an diesem Tag. Habe dann aber auch gesagt zu gestern, dass der Markt hier oben einfach rausläuft und da oben drüber, glaube ich nicht. Der sollte schon eher nach unten drücken, dürfte aber trotzdem halt schwierig werden. Deswegen ist ja auch der Pfeil hier noch, das war auch so meine anvisierte Richtung, dürfte trotzdem halt schwierig sein, weil wir halt eben hier auf dem alten ATH aufsetzen. Das sieht man im Weekly ein bisschen besser, also wie gesagt, ich mache den DAX jetzt nur ganz kurz. Wir setzen hier im Weekly auf dem alten ATH auf und deswegen ist das nicht so einfach, da halt dann nach unten auch wegzudrücken. Von daher völlig legitim. Trotzdem halte ich es für machbar, dass wir halt zumindest mal halt bis an die 16.200, glaube ich, habe ich genannt, da halt irgendwo mal runterkommen. Hier unten in dem Bereich 16.300, 260. Das ist schon denkbar, dass er jetzt hier aber genau auf dem grünen Ding steht, also auf der kleinen grünen Zone. Das ist wiederum natürlich für meine Begriffe kein Zufall. Die Zone ist auch schon ein bisschen länger da. Das ist völlig okay und hat eben auch rein der Technik geschuldet, die wir halt hier sehen. Also dass er halt hier bremst, völlig in Ordnung. Darf aber trotzdem halt hier dieser generellen Bewegungsrichtung in Rot, also im Framing hier in Rot nach unten folgen und darf, wenn es nach mir geht, auch gerne die 16.302 bzw. 260 erreichen und wenn er unbedingt will, dann halt eben auch noch tiefer. Gut, damit ist der DAX jetzt erstmal abgefrühstückt beim Dow. So, da hatte ich ja, das setze ich jetzt auch erstmal ganz kurz an gestern an, weil, wie gesagt, ich bin sowieso immer der Meinung, dass der Markt halt irgendwie nicht irgendwas Neues erfindet zu News, sondern halt eben das nur nutzt, um Bewegungen halt eben abzuschließen, schneller halt das Ganze halt in den, schneller den Markt zu bewegen. Da hatte ich halt Ähnliches gesagt. Ich habe gemeint, ne, irgendwie wir gehen nicht hier oben drüber. Moment, ich muss mir hier das Volumen mal kurz ausmachen. Das brauchen wir hier nicht. So, das heißt, ich habe halt gesagt, wir gehen nicht da oben drüber, über diese Abwärtsbewegung, die wir hier halt gesehen haben, wo hier fehlt das Price Add-on, das mache ich gleich mal auch dazu. Also über diesen Tag hinaus wollte ich nicht, sondern habe gesagt, also da habe ich mich so ein bisschen verschätzt, mit dem, wie weit er ausgeholt hat. Generell ist das hier gestern schon ein ziemliches Seitwärts gewesen. Da habe ich aber auch gesagt, wenn der Markt über die 37.600 geht, dann ist irgendwie Seitwärts, dann ist das Big Short-Szenario erstmal vom Tisch. Und das hat er jetzt halt gestern gemacht. Strandet aber hier immer noch über der 37.423, drückt aber halt eben auch nochmal drunter. Das heißt, der will da irgendwie schon runter. Der Markt ist aber halt leider generell seitwärts. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht irgendwie wirklich einen Trend, an dem man halt entspannt ansetzen könnte. Moment, ich baue mal hier ganz schnell was dazu und muss dann natürlich hier kurz ein paar Sachen aufmachen, die nicht unbedingt ins Bild gehören, aber dass wir halt hier wirklich dann auch vollständig alles haben. Ja, vielleicht auch in dem Zusammenhang kam die Frage nochmal auf, was du mit Framing meinst. Ja, ja, genau. Das ist auch gerade das, was ich halt hier irgendwie dazu gebaut habe jetzt gerade. Also Framing ist immer halt letzten Endes nichts anderes als Außenstäbe, die sich halt in der Struktur halt fortsetzen. Und das ist halt ein funktionierender Ansatz, vor allen Dingen, wenn der Markt halt neue ATHs macht, sieht man es immer wieder sehr, sehr deutlich, dass es halt wirklich auch verlässlich ist. So, ich habe das deswegen hier jetzt auch kurz mal das Projects Add-on dazu gemacht. Da sieht man eben das Framing, also hier quasi, das kann man dann halt auch übersetzen als Rahmenbedingung oder halt Rahmen für dessen, wo sich der Markt irgendwie gerade bewegt. Da sehen wir halt, das drückt nach unten. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt über die 600 gestern raus. Er hat dann hier oben drüber gespiked und sich dann aber trotzdem nochmal drunter gedrückt. Das heißt, dieses High an der Stelle hätte er für meine Begriffe nicht unbedingt rausnehmen müssen. Das hat den Markt dann halt eben dann auch so ein bisschen in die Seitwärtsrichtung geschickt. Trotzdem landen wir halt hier wieder in der nach unten zeigenden Bewegung dann halt. Und da würde ich jetzt auch erstmal ansetzen. Das heißt, ich würde jetzt mal rein von dem Bild her ausgehen, dass wir zu den News jetzt um 14.30 Uhr einen kurzen Spike nach oben kriegen und uns dann nach unten wegdrücken. Ist jetzt aber erstmal eine Vermutung, weil das Problem ist natürlich schon, dass wir halt hier eben über diesem Support stehen, hier in grün, der auch noch nicht mal da wirklich dran gewesen ist, also hier unten in dem Bereich und geschweige denn halt hier drunter ist. Und das müsste natürlich dann auch mal geschafft werden, wenn das Ganze jetzt halt doch nochmal irgendwie ein Short-Trend werden soll, der sich fortsetzt. Dazu müsste dieses Low an der Stelle raus. Ein bewährter Ansatz ist halt immer, dass ich halt irgendwie versuche, eine Wirkungsumkehr zu finden. Das heißt also etwas, was vorher Support war, sollte zum Widerstand werden. Das haben wir jetzt hier aber auch schon gehabt. Also hier im kleineren Stil bei der 37.500, deswegen muss der da nicht unbedingt nochmal rauf, sondern deswegen wäre ich schon eher ein Fan davon, wenn der halt nach unten geht. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, ich muss natürlich meine Aussagen auch immer in Frage stellen, weil ich habe ja auch nicht die Weisheit im Löffel gefressen und auch keine Glaskugel hier. Das heißt, auch mir bleibt nichts anderes übrig, als zu gucken, weil wenn das jetzt halt nicht so stimmt oder nicht so aufgeht, wie ich mir das vorstelle, brauche ich auf jeden Fall dann halt ja auch eine Alternative. Oder was heißt auf jeden Fall? Es wäre dann schon nett, eine Alternative zu haben. Es besteht ja kein Zwang jetzt bei den NFPs zu handeln. Ich sage nur, das wäre so der Ansatz, wo ich dann halt irgendwie rangehen würde. Wenn er das macht, dann wäre ich halt dabei, da halt eben Short mit reinzuspringen. Ich habe zugegebenermaßen auch noch einen Short von gestern. Der zählt aber jetzt natürlich hier nicht, weil es ja nichts anderes ist oder fast nichts anderes als eben ein nachträglicher Trade. Das heißt, es geht ja darum, wie kommt man halt hier in den Markt rein. Das ist ja eigentlich die viel entscheidendere Frage. Was ich aber noch habe, mir läuft so ein bisschen die Zeit hier davon, merke ich gerade, haben irgendwie nur 45 Sekunden, bis dann halt was passiert. Was ich aber noch habe, ist Gold. Und da hoffe ich jetzt erst mal, dass es überlebt, die Goldposition. Und da gehe ich, glaube ich, dann am liebsten nachher nochmal drauf ein. Ich würde jetzt hier zurückgehen in den Handelschart. Hier sieht man auch, hier habe ich hier oben erst mal eine Order hingelegt. Und das ist halt der Spike, den ich halt generell gerne halt irgendwie hätte, aber jetzt auch nicht unbedingt weiter. Es kann es natürlich auch sein, dass der Markt direkt runterfällt. Und es kann natürlich auch sein, dass der Markt mich rausschmeißt. Und das werden wir jetzt halt mal sehen. Aber ich würde die jetzt erst mal liegen lassen, auch riskieren, auch wenn sie irgendwie daneben geht. Ich halte das aber momentan für die plausibelste Richtung. Hier oben drüber ist der Kassastuss von gestern. Und jetzt haben wir noch drei Sekunden. Mal gucken, was passiert. Drück direkt runter. Mal gucken, ob es jetzt Sinn macht, sich da dran zu klemmen. Man sieht, das Buch wird halt gerade schon extrem dünn. Aber jetzt hier in der ersten Minute reinspringen, das gefällt mir natürlich nicht so wirklich. Also generell finde ich die Richtung natürlich jetzt erst mal gut, aber ich wäre natürlich auch schon noch irgendwie gerne dabei. So, mal sehen, ob das irgendwie gelingt. Also generell folgt er jetzt damit zumindest schon mal halt dem, was ich halt generell gesagt habe, dass es keinen Sinn mehr gibt, irgendwie da oben noch großartig was abzuholen. Aber hier hat es halt wirklich so komplett ohne Spike. Man sieht es ja auch hier. Da hat die Bewegung begonnen. Ohne irgendeine Bewegung nach oben hat es sich jetzt hier nach unten gedrückt. Und deswegen bin ich auch hier so zurückhaltend, was jetzt irgendwie halt das Reinspringen halt irgendwie auch angeht. Weil oft ist es schon so, wenn wir halt eben so eine, ich nenne es mal Glatzkerze, ohne Haare, so eine Bewegung starten, dass die halt nachgeholt wird. Und das ist halt nicht so wirklich ohne. Im Daily, den habe ich hier unten auch auf. Also ihr seht, ich fange gerade so ein bisschen an zu stottern. Das liegt nicht daran, weil es mir die Sprache verschlägt, sondern weil ich irgendwie scheinbar Schwierigkeiten habe, irgendwie gleichzeitig hier zu reden und irgendwie alles noch genau anzugucken. Weil ich würde schon versuchen, hier irgendwo reinzukommen. Den M1 halte ich eigentlich auch immer so ein bisschen, für ein bisschen zu eng. Aber okay, vielleicht bleibt hier gar nichts anderes übrig, als sich jetzt hier in irgendeiner Form da halt irgendwo dazu zu gesellen mit einer Position. Lieber wären wir natürlich aber eine Zeiteinheit höher. So, weil wo will der Markt hin? Da wollte ich gerade ansetzen. Also generell, ich sage halt ja auch immer von den News völlig unabhängig, dass der, dass wenn halt der Markt sich in größeren Schritten bewegt, wie jetzt hier zum Beispiel gerade, ich meine, das sind jetzt doch immerhin 100 Punkte und auch so ein bisschen schade, dass ich da nicht mehr reingekommen bin, dass ich da oben nicht abgeholt wurde. Das war nämlich einfach nur kurz unterm Vortagestief, aber hat er nicht gemacht. Okay. Was ich meinte ist halt, dass man dann halt, wenn man keine Richtung mehr findet oder keine Targets mehr findet in den kleineren Timeframes und dazu gehört auch am Ende der H1, dass man sich halt im Daily orientieren muss. Deswegen habe ich den hier unten auch immer auf. Und da habe ich schon Anfang der Woche gesagt, SMA 20 im Daily. Das ist halt schon irgendwie plausibel, aber nicht unbedingt in einer schnellen Bewegung, sondern da hat er halt eben Zeit, weil er halt eben auch weit weg ist. Das heißt, das wäre jetzt auch hier relativ klar mein Target. Die 200, die 160, also unter die 37.200, die hatte ich die Woche schon mal besprochen und da sind wir, wie es aussieht, auch gerade auf dem Weg dahin. Aber ich tue mir trotzdem schwer, jetzt hier einfach short zu gehen, weil es war halt wirklich noch so gar nichts an Korrektur da. Vielleicht wird das erste Live-Trading des Jahres dann ein Live-Trading ohne Live-Trade. Das ist natürlich möglich. Aber gut, auch das passiert und es ist nichts, was man halt irgendwie erzwingen muss, auch wenn ich irgendwie glaube ich, fast immer irgendwo einen Trade noch finde. Trotzdem sollte das jetzt nicht unbedingt der Ansporn sein, so mit aller Gewalt jetzt da irgendwo reinzuspringen. weil man sieht ja auch hier, egal wie der jetzt drückt, da kommt schon ein bisschen Gegenbewegung da jetzt gerade her und da kann man jetzt höchstens dann versuchen, im ganz kleinen Timeframe, also hier jetzt zum Beispiel dann eben im M1, dann zu sagen, na gut, wenn ich den Wirkmus umkehren nicht oben kriege, dann kriege ich sie vielleicht unten. Also das heißt, wir haben hier halt so diverse Lows, kleine Supports und wo man dann halt vielleicht mal gucken könnte, ob man da, ob der Markt jetzt halt dort reagiert. Das heißt also hier ein Rücklauf an die alten Lows, vielleicht mit einem Stich irgendwie drüber und dort mal versuchen, ob man dort halt irgendwo noch reinkommt. Aber, dass die Gefahr ist halt eben tatsächlich hier oben das, dass wir eben ohne Korrektur gestartet sind. Ich lasse sie jetzt mal liegen, würde die aber jetzt nicht unbedingt endlos aushalten wollen. Also den Stopp meine ich jetzt. Also auch wenn der mit 50 Punkten voreingestellt ist. Mal gucken, ob das jetzt hier in irgendeiner Form gelingt. Dass der jetzt hier auf so einem diagonalen Ding hängt, das ist Zufall, das ist eigentlich nur ein Pfeil, der sich hier in den falschen Timeframe verirrt hat. Also hier, das meinte ich da jetzt bitte nicht irritieren lassen, das ist einfach nur ein Pfeil aus dem Livechart, der da eigentlich nicht sein soll. Den habe ich vergessen, aus einem anderen Timeframe rauszulöschen. So, jetzt sind wir also hier erstmal die 5 Minuten fertig. Das war so ein bisschen arg. Also am liebsten wäre man natürlich hier oben, aber das würde natürlich auch bedeuten, dass ich hier fast in den Stopp laufen würde. Gucken, kommt da noch was? Komm ich da noch irgendwo rein oder nicht? Also Wirkungsumkehr heißt einfach nur, auch wenn es jetzt hier nur der M1 ist, heißt aber halt, was vorher Support war, wird anschließend zum Widerstand. Aber, erreicht er leider nicht, so wie es aussieht. Nur hier knapp drunter und dann halt hier mit einem Loch quasi dazwischen. Noch nicht sauber genug. Okay. Hier schreibt ein Teilnehmer, du hättest die Tage gesagt, bei 37, 230, all in long. Besteht die Aussage noch? Das kommt immer, ja, das all in long, das hatten wir letztes Jahr ja schon mal, da ist auch 5000 Punkte gelaufen. Das ist wirklich meine Schmerzaussage des letzten Jahres. Da komme ich immer noch nicht drüber weg, weil ich habe da ursprünglich 50 Kontrakte liegen und dann kann sich jeder selber ausrechnen, wie viel das geworden wäre. Weil ich wollte die ja auch als Zwing ursprünglich, aber okay, all in long, das ist nicht all in, auf gar keinen Fall all in. Aber das wäre halt eben denkbar, wenn wir halt eben im Daily hier runterkommen, dass man da unten halt mal, ja durchaus mal eine Position aufmachen kann, die halt dann auch Chancen hat, eben nach oben zu reagieren. Ich werde aber gleich mal darauf eingehen. Ich versuche jetzt hier gleich erstmal noch irgendwie da reinzukommen. Wir stehen hier am Pivot. Okay, das sind halt auch immer so Punkte, wo der Markt halt irgendwie dann auch gerne mal irgendwie bremst oder was heißt bremst, wo halt einfach so ein bisschen Volumen reinkommt. Man weiß aber natürlich nie, in welche Richtung. Von daher ist aber hier erstmal legitim, dass der Markt so ein bisschen reagiert. Ja, Zero Star, Dankeschön fürs Erinnern. bei, also, danke für den Schmerz, den du mir gerade zufügst, würde ich eigentlich besser sagen. Das war bei 32.360 letztes Jahr, Freitag, Oktober, 23. Ja, ja, ich weiß, das war schon echt bitter, bitter, bitter. Aber ich hätte aber auch nicht gedacht, dass der so weit läuft. Auch klar. Ich habe halt gedacht, okay, 1000 Punkte oder ich weiß nicht, was ich damals gesagt habe, da kann der halt irgendwie schon irgendwie deutlich reagieren, aber dass das bei rauskommt, ein neues ATH, das war auch im Oktober nicht mein Ansatz. Mit anderen Worten, ich hätte den auch nicht bis hierher durchgehalten. Das ist halt auch klar. Von daher, aber trotzdem. Gut, das sind so Sachen, da darf man nicht wirklich drüber nachdenken. Das ist nicht hätte Fahrradkette, das ist, das ist eindeutig Abteilung komplett blöd angestellt. vorher super sauber analysiert, alles noch gesagt und gemacht und getan und dann halt irgendwie, warum auch immer, dann die Position kurz aufgemacht und nach 20 Punkten oder so wieder zugemacht und dann so, hä, warum hast du die zugemacht? Warum? Wieso? Es ergibt gar keinen Sinn. Es ist entgegen aller eigenen Aussagen, aber manchmal spielt einem der Verstand dann auch so seinen Streich. Kennt jeder, oder? Wer kennt es nicht? Ich glaube, wenn ich jetzt eine Umfrage starten würde, wer hat sich schon mal selbst irgendwie im Bein gestellt, die würden mit 100% mit Ja beantwortet werden. Weil man macht, man macht manchmal Sachen oder macht sie nicht, obwohl man sie irgendwie so klar irgendwie vor Augen hat, wo man sich nachher denkt, why? Okay, so, passiert hier jetzt noch was an der Stelle? So ein bisschen schwierig. Wir machen halt hier irgendwie eine Range auf tiefem Niveau. In der Regel heißt es ja dann durchaus auch, eine Range lösen die Richtung auf, in die sie entstanden ist. Das würde aber eher bedeuten, so hier, also der müsste halt jetzt eigentlich auch von hier mit dem M15 Impuls, wenn der fertig wird, nach unten drücken. Die Frage ist immer nur, wo kommt man rein? Wenn wir jetzt aber hier irgendwie einen kleinen Rücklauf noch kriegen würden, also zum Beispiel halt hier an SMA 20 im M1, sofern der sich dann halt hier dann auch dazugesellt zu da, wo ich jetzt eigentlich hin wollte, da wäre ich da halt schon ein Freund davon, da halt mal irgendwie reinzugehen. Aber aktuell steht es jetzt erstmal gerade. Aber erste Bewegung halt, na passt, da habe ich wirklich zu lange gezögert. Da habe ich zu lange gezögert. Ich lasse die mal ganz kurz hier liegen und gehe mal rüber. mal ganz kurz hier auf den Daily im Dow, was ich da halt meinte, damit man halt eben da auch mal versteht. Ach, da fehlt die Hälfte, sehe ich gerade. Okay, das muss ich hier unten machen. Da ist es besser erkennbar. Und zwar folgendes. Also, wir haben hier einen steigenden SMA 20. Wir haben ohne Zweifel halt hier einen Longtrend im größeren Timeframe, also im Daily sowieso. im Weekly, überall. Und wir haben hier unten jetzt auch dann so den letzten Support hier unten an der Stelle. Sieht man ja, warum ist das hier alles gelb? Ist ja wieder nicht. So, kurz mal eben hier umfärben, die Geschichte. So, also, das heißt, hier wäre dann halt eben passend. Das ist natürlich dann jetzt auch das Schöne daran, oder weshalb ich da sage, gerade jetzt macht das halt echt Sinn. Viel mehr, so dass wir halt hier ganz klare Supportzone kriegen. Also angefangen irgendwo bei dem SMA 20 oder beziehungsweise auch, hier haben wir auch so eine Glatze. wir haben hier einen Support, wir haben hier das alte ATH und das ist schon so ein Bereich, der wird verteidigt werden. Da braucht man noch nicht mal ein eventuell dazu zu bauen. Das wird schon so sein, da wird ja nicht einfach durchfallen und dann halt eben, weiß der Kuckuck, bis wohin, ja. Die Frage ist immer nur, wie stark wird er halt verteidigt, wie viele Punkte gibt es halt Rücklauf und das ist halt immer so das Ding. So, das heißt, also von daher kann man sich da glaube ich schon aus dem Fenster lehnen und sagen, okay, hier unten wird es eine Reaktion geben und ob man die dann halt irgendwie mit 50, 60 Punkten oder dann halt mit, keine Ahnung, 100, 200 dann halt irgendwie zu greifen kriegt, das steht natürlich auf dem anderen Blatt, aber irgendwas wird es da halt zu greifen geben und im Zweifelsfalle dann halt eben Skyping und das ist natürlich bei sowas dann halt schon recht safe. Was ich halt hier vermute, dass wir halt eben so eine Bewegung entweder hier direkt kommend oder halt, dass das hier unten auslotet und dann halt eben nur bis da rauf, aber einer von beiden wird es wohl wahrscheinlich werden oder halt vielleicht sogar die ganze Geschichte hier unten von dem alten ATH bis rauf auf die 37.432, also weil erstens haben wir da halt jetzt die ganze Zeit Volumen gehabt, zweitens haben wir da oben halt auch einen Support draufstehen und das sind halt alle schon Gründe, warum es da halt nochmal rauf reagieren darf. So würde ich das jetzt halt mal ganz simpel im Daily da halt eben angehen. So, gucken wir hier nochmal drauf, ich bin ja hier richtig, gucken wir hier nochmal drauf, ob er sich so ein bisschen hier dagegen bewegt, ja, ein bisschen was kommt da jetzt auch nach oben und mal gucken, ob wir den jetzt hier noch gefangen kriegen. Der M15 ist natürlich so ein bisschen, also was mir immer noch nicht gefällt, brauche ich gar nicht zu beschönigen, das ist da oben halt dieser Start, also an der Stelle. Das ist nicht so unbedingt etwas, was ich total klasse finde gerade, ich habe so, nämlich, da besteht natürlich die Gefahr, dass wir halt dann da oben nochmal über den Anfang weglaufen, hier mit dem Schluss von den 15 Minuten, das heißt, das ist schon so ein bisschen riskant hier, die Position, deswegen lasse ich halt auch erstmal den Stop, ich lasse den mal ganz kurz da oben liegen, also wir haben hier ein bisschen Reaktion, sieht man ja auch gerade, aber ob das dann jetzt reich steht auf dem anderen Blatt, da steht echt auf dem anderen Blatt, weil der könnte natürlich jetzt hier eben Mangelsvolumen, also auch wenn das jetzt sich hier wieder irgendwie zu normalisieren scheint, dann könnte der sich schon halt da oben hin drücken und dann aber auch gleich drüber weg, das ist halt so ein bisschen risky an der Nummer, deswegen macht es auch irgendwie fast keinen Sinn, da oben großartig zu skalieren, weil wenn er das halt irgendwie macht, dann kann es eben passieren, dass er halt nach oben sich wegdrückt und wir kommen jetzt hier irgendwie mit der M15, das ist für mich immer so der erste größere Timeframe, größer in Anführungszeichen, der hat auch gerne mal die Angewohnheit, irgendwie auf dem letzten Drücker irgendwie ruckartig aufzulösen, in Richtung, die nicht unbedingt vorher halt so klar abzusehen war, deswegen wäre ich hier fast ein Freund davon, den früher rauszunehmen und gar nicht bis da oben hin auszuhalten und auch auf die Gefahr hin, dass es dann halt eben nicht aufgeht, aber generell, wenn ich das, also das ist wie gesagt, so, es ist bei mir so ein paar Zweifel aufkommen, ob das hier wirklich gut ist und, weil ansonsten würde ich nämlich sagen, klar, wir haben halt hier irgendwie Supports auf der Unterseite und von daher völlig legitim, dass wir halt jetzt da auch nach unten reagieren, aber wie gesagt, das hier ist der Unsicherheitsfaktor. Noch fünf Sekunden, dann kann alles Mögliche passieren. Da will ich halt eher hier drüber dann nochmal irgendwie rangehen an die Geschichte. Also hier kriegen wir jetzt schon irgendwie ein kleines Hoch. Das ist jetzt gerade abzusehen, das kann man mal ganz kurz aushalten. Aber das sieht schon so aus, als würden wir jetzt irgendwie gleich nochmal auf Anfang laufen. Da spricht irgendwie gerade nicht mehr so wahnsinnig viel dagegen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir zuerst noch einen Rücksetzer und laufen. Dann drauf. Man hat das ja schon gesehen, er hat dort halt in irgendeiner Form gebremst, aber halt ganz klar nicht genug. Das kam halt jetzt so ein bisschen spät und ich bin halt immer echt ein großer Freund davon, irgendwie den zeitlichen Aspekt unbedingt mit einfließen zu lassen, auch wenn es da halt auch ganz kontroverse Meinungen und Ansätze gibt. Manche sagen ja, nein, Zeit ist völlig egal. Ich sehe es halt ganz anders. Aber gut, das muss natürlich irgendwie jeder nach seinem Gusto machen und wie er oder sie es dann halt eben auch gewohnt ist. Was mir halt jetzt einfach hier deswegen der zeitliche Aspekt, er hat das halt hier irgendwie auf den letzten Drücker jetzt halt irgendwie gemacht und sich da hier oben drüber gedrückt und das ist leider nun oft ein Indiz dafür. Also vor allen Dingen weil es er halt auf den letzten Drücker, ich meine allein das ist ja schon eine zeitliche Aussage. Letzter Drücker war hier genau da, wo der M15 dann halt jetzt eben aufgelöst hat und das wirklich so auf den allerletzten und daran sieht man ja allein daran sieht man ja schon dass der Zeitfaktor sowohl eine Rolle spielt, weil warum ist es denn sonst irgendwie genau in den letzten paar Sekunden bevor der M15 hier fertig wird. Also wenn Timeframes keine Rolle spielen warum sieht man das dann immer wieder. So mal gucken ob wir also ich habe ja gesagt kleines Hoch ist hier schon irgendwie sollte kommen kann man aushalten deswegen habe ich den Stop auch weggezogen jetzt kommt es natürlich darauf an drücken wir jetzt hier den M15 weiter nach unten oder halt will der wirklich da oben raus. Also wenn man sich halt hier komplett unsicher ist kann man auch sagen na gut dann löse ich halt auf aber ich würde jetzt erstmal gucken ob wir zumindest hier unten nochmal reinkommen in das Cluster und ob der Markt dann halt eben Lust hat sich nach unten da halt wegzudrücken oder halt eben nicht aber ich muss das auch jetzt nicht irgendwie unbedingt aushalten weil wie gesagt dieser Unsicherheitsfaktor da oben der ist immer noch genauso da wie er die ganze Zeit da ist und ich bin langsam auch geneigt dazu hier zu sagen komm ich lasse das mal lieber weil es gefällt mir eigentlich nicht nicht so wirklich mal gucken kleines Tief könnten wir jetzt schon noch kriegen und dann würde ich den direkt auch break even sichern und dann halt gucken entweder macht das dann oder halt eben nicht aber eigentlich ist das kein guter Trade mehr so ich lasse den jetzt komm lieber zwei Punkte plus als jetzt irgendwie nachher zu sagen hätte ich mal weil es gefällt mir einfach nicht was der Markt hier macht so jetzt steht er still okay auch gut also könnte halt sein dass wir hier ein paar Punkte jetzt kriegen das ist jetzt halt hier erstmal reines Skyping dann aber es ist mir zu unsicher wenn er nach unten jetzt irgendwie sich wegschleudern sollte auch gut ansonsten dann halt eben nicht dann werden wir uns halt eben im weiteren Verlauf des Webinars hier mit der Theorie befassen was dann halt eben danach rauskommen könnte aber so hier runter an die Value Area wäre jetzt schon nicht so abwegig ich habe jetzt hier einen Trail eingestellt mit einer Distanz von fünf Punkten das sollte auf jeden Fall reichen also ein Trail auf den auf den Tick gerechnet also ein Average Tick das heißt er fasst hier immer sechs Ticks zusammen bildet darauf ein Average und darauf eben mit einer Distanz von fünf Punkten also das ist der TH6 Trail eben vom Stereo Trader aber auch den muss er natürlich erstmal hier unten erreichen auch klar aber oft ist es halt eben so wenn der Markt sich da halt entschließt ein bisschen ruckartiger halt zu laufen und dann zieht er schon ganz gerne mal ganz gut hinterher aber das sieht hier irgendwie alles ich weiß es nicht gefällt mir nicht wirklich aber okay zehn Punkte gab es irgendwie gerade hier werden es wahrscheinlich werden ja genau jetzt rausgeflogen okay von daher jetzt erstmal nichts kaputt gemacht und hier waren dann halt irgendwie auch ein paar Punkte jetzt irgendwie drin aber wie man sieht das macht nicht wirklich wahnsinnig viel Sinn macht nicht wahnsinnig viel Sinn sich jetzt da irgendwie so zu sehr dran zu verbeißen ich würde halt wirklich warten also die Eröffnung ich würde sonst was glaube ich drauf hätten dass wir die halt nochmal sehen in irgendeiner Form und dann würde ich also hier oben meine ich mit Eröffnung die Eröffnung von den NFPs das war hier oben da wo auch der Point of Control ist also da wo das meiste Volumen gewesen ist da kommt jetzt auch der VWOP da oben runter und egal wer es nach unten erst ausschlägt nach oben aber ich glaube das sehen wir halt schon nochmal und dann muss man halt mal gucken wie das Ganze sich ab dort dann halt eben entwickelt werden wir wahrscheinlich aber dann erst mit der Kassereröffnung dann halt kriegen der Andreas von Fit4Finanzen hat wieder einen sehr schönen sehr schönen Kommentar gelassen sind die Zollen schon raus kaum so schlecht ist es jetzt auch nicht hier von dem wie der Markt sich bewegt und es ging immerhin 100 Punkte runter mein Problem war halt nur dass es ohne Anlauf gemacht hat und ich weiß nicht ob du am Anfang dabei warst Andreas aber meine Order lag knapp da oben drüber und die hatte halt nicht abgeholt aber runter wollte ich eigentlich da halt schon auch aber so ist es halt manchmal so ist es so was macht dann eigentlich Gold lebt mein Gold noch nicht mehr wirklich okay also Gold hat auch gespiked nach unten hin hat also hier unter dieses Load runter da hatte ich ja die ganze Zeit hatte ich ja da auf dem Schirm die 2033 in Gold sieht man aber eher im Daily und da drunter war auch mein Stop weil ich auch gesagt habe naja muss es nicht irgendwie sein das ist das ja nochmal da drunter und das braucht jetzt hier irgendwie glaube ich auch kein Mensch von daher ist es erstmal okay also Gold drückt sich halt hier ab kann immer noch nach oben laufen ist halt Gold ist auch auch immer sehr stark beeinflusst von den Non-Farm-Payrolls schlägt da auch gerne mal aus wie man ja auch gerade sieht hier im Daily wenn man sich das halt mal im kleineren Timeframe anguckt das sieht das schon ein bisschen mies aus was da gerade irgendwie passiert ist hier mit einem Gap runter und dann Bäm einmal hier unter die Stops alle mitgenommen mich inklusive da unten rausgeschmissen mit meiner Long-Position aber gut ist okay die ist ein Gewinn raus aber heißt jetzt trotzdem erstmal dass es bei Gold dann ja abzuwarten gilt für meine Begriffe also das heißt hier im H1 noch nichts passiert sowas haben wir gerne schon mal einmal nach unten wegballern dann klar liegen hier natürlich dann halt irgendwie die Stops ist ja auch irgendwie völlig legitim und da unten ist dann auch viel interessanter von daher darf das schon so laufen klassisches Stop-Fishing halt einfach was aber nichts mit Marktmanipulation zu tun hat sondern einfach halt der Natur der Sache geschuldet das ist meine Meinung also auch da kann wieder jeder sagen das ist doch irgendwie manipuliert ich glaube da nicht dran ehrlich gesagt sondern vielmehr ist halt hier einfach klar kommt da Volumen zusammen und die anderen sagen ja hier unten ich wäre eigentlich da unten lieber gerne reingegangen die anderen sagen ja ich gehe hier lieber raus und klar zackert der Markt dann halt mal aber generell halt sind wir im Gold bei Gold halt eben im Aufwärtstrend das ist für meine Begriffe irgendwie gar keine Frage und von daher auch völlig legitim dass man da auch ein bisschen tiefer ansetzen darf da kann man jetzt ja auch gucken wenn jetzt hier irgendwie das Gap zugeht könnte man Gold genauso gut ich mache das auch hier ich hole mir den hier nochmal rein so und setze meinen Stop nochmal dahin wo er war weil man muss ja da auch nicht bei so einem Ding halt irgendwie dann heulend nach Hause rennen und sagen ich bin ausgestoppt worden nö ist nur gut ich bin ausgestoppt worden aber ich habe ja einen Knopf um auch wieder reinzugehen zu gehen so das heißt ich baue hier meine Goldposition jetzt wieder zusammen und fange jetzt an der Stelle mal damit an weil er halt jetzt hier dabei ist weil Gold halt hier dabei ist den das Gap das kleine Gap hier zuzumachen und zack hier da direkt schon mal gleich mehr Gewinn als wir jetzt gerade irgendwie beim Dow gehabt haben so aber ich lasse den aber halt in Ruhe ich lasse das Gold hier in Ruhe und weil halt hier jetzt auch der Gap Close den wir hier sehen ist eigentlich auch eher ein Indiz dafür halt für Long Gap Close von unten ist für mich immer eher Long als Short und aber auch hier wenn man das geskypt hat wenn man jetzt irgendwie gesagt hat ja der Hilger geht Long gehe ich auch Long dann drückt man hier auf den Knopf und hat jetzt dann halt eben aber hier auch direkt was im Kasten den fand ich jetzt aber halt hier einfach auch leider auch wenn es super schnell ging das war für mich egal Elfmeter ohne Torwart weil das lag so krass gerade auf der Hand dass er das macht da oben durchsticht aber ob Gold jetzt hier weiterläuft weiß ich nicht und deswegen sage ich halt also wer jetzt hier irgendwie mit geskypt hat und keine Ahnung irgendwie oder nicht eine größere Vorstellung warum der kann auch hier wieder rausgehen das nun mal irgendwie am Rande ist keine Empfehlung alles was ich hier mache ich sage nur für mich war das jetzt halt hier Grund genug um eben meinen Gold zwingen mir wieder zusammenzubauen ich habe da auch vorher schon ein Stück oben im Plus aufgelöst jetzt ist eben halt hier unten nochmal mit den NFPs was rausgegangen aber ich baue mir das halt hier wieder zusammen um meine Position wieder zu haben das nur eben als Erklärung weil Gold Weekly warum soll das nach unten und wir haben heute Freitag und Gold hat einfach ich meine da ist halt einfach nicht viel passiert für meine Begriffe außer wir stehen hier in dieser Aufwärtsbewegung die hat hier nochmal gekauft wurde vorletzte Woche bestätigt hier gab es mal irgendwie zwar einen kurzen Ausrutscher aber generell stehen wir in dieser Aufwärtsbewegung in dieser letzten da hat sich Gold einfach nochmal reingekauft und ich bin immer noch der Meinung dass wir auch dieses ATH recht bald nochmal sehen und deswegen baue ich mir da auch relativ schmerzfrei meine Longposition wieder zusammen so damit haben wir dann wenigstens einen zweiten Live Trade hier mit dem man ja auch was anfangen konnte der direkt ins Plus gelaufen ist und der vor allen Dingen auch noch im Plus ist gut so was macht denn der DAO mittlerweile gucken wir da nochmal rein ob sich da irgendwas getan hat womit man was anfangen kann ja okay so da habe ich halt recht behalten ich habe gesagt das sehen wir noch da würde ich fast sonst was drauf wetten meinte ich eben und da sind wir auch hier an der gelben Linie nämlich eben an der Eröffnung von daher erstmal völlig richtig das hier unten aufzulösen nicht an Short festzuhalten richtig auch die Aussage dass wir da oben hinlaufen heißt aber jetzt natürlich eben auch dass ich jetzt hier keine erstmal keinen Handlungszwang mehr habe also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen ja wir kommen jetzt von hier wir haben jetzt hier die Eröffnung gesehen wir haben da oben ein bisschen was ausgeglichen also die Glatze ist jetzt damit halt quasi eliminiert so ich weiß jetzt aber trotzdem nicht also das ist für mich jetzt irgendwie kein Trigger wie jetzt zum Beispiel gerade bei Gold bei Gold wäre jetzt allein auch der Trigger gewesen Gap ist zu schießt ein Stück weiter rauf das ist ein Trigger aber also das heißt Bedingung A Konsequenz B und das haben wir hier nicht sondern er hat jetzt ist einfach nur mal jetzt meiner Vermutung gefolgt ich habe ja auch gesagt ich weiß es nicht ob es tiefer ansetzt und darauf läuft oder direkt von hier ich habe ja nur gesagt wir laufen dahin jetzt könnte ich mich hier hinstellen und sagen ja siehste habe ich doch gesagt konnte ich mir davon was kaufen nein und von daher ich brauche jetzt hier erstmal nochmal irgendwo einen weiteren Trigger weil man sieht jetzt hier einfach deutlich es ist nichts passiert die NFPs haben einmal 100 Punkte nach unten geschleudert wir stehen wieder auf Anfang wir stehen auch hier im H1 als Beispiel immer noch einfach im Framing und eigentlich genau da wo wir vorher auch waren so wenn ich vorher nicht in der Lage war da halt irgendwo klar zu sagen genau ab da ohne Limit gehe ich short werde ich es jetzt hier natürlich logischerweise auch nicht machen aber auch nicht long weil ich halt eben ja auch gesagt habe ein kurzer Spike nach oben das wäre dann eben halt hier so in etwa die 400 die 400 gewesen oder knapp über der 400 ich glaube die Order ist nicht mehr da hier am Vortagestief genau die 430 da knapp drunter da lag eben die Order ja die kann man glaube ich liegen lassen da kann man bestimmt auch nochmal irgendwas skypen für ein paar Punkte aber ich kann jetzt aus diesem Bild hier unmöglich irgendwie sagen so ja wir schließen jetzt irgendwie die Stunde die ja sowieso jetzt in zwei Minuten durch ist nochmal mit dem Ruck nach unten oder Ruck nach oben weiß ich nicht was man halt hier einfach nur sieht das ist wir haben ein Point of Control das heißt im Future haben wir hier halt hier für heute das meiste Volumen an der Stelle und auch von daher ist es halt einfach völlig legitim dass der Markt da hinläuft weil wenn da unten halt nichts mehr zustande kommt an Volumen wenn sich da kein Volumen irgendwie findet das heißt also wenn sich weder Käufer noch Verkäufer finden warum sollen die dann da unten rumhängen und dann zu warten ob die irgendwann kommen nee auch nicht weil jede Position braucht eine Gegenposition und von daher ist es halt eben auch immer wieder legitim wenn es dünn wird an den Point of Control wie hier zurück zu laufen heißt aber dann eben leider auch ist halt keine Aussage gut also da gucke ich hier mal ganz kurz die Kommentare durch Nelson was sagst du dazu darfst auch dich gerne zu Wort sagen bist du still nee du hast ja gesprochen wir haben dir alle zugehört und ich war zwischendurch weg mein System ist abgestürzt aber hast du Gott sei Dank nicht gemerkt und ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen einige wollen bis 16 Uhr durchmachen da kommen nochmal Wirtschaftszahlen und Andreas hast du erwähnt Grüße an der Stelle nochmal ja ansonsten ist alles klar soweit ja kann man jetzt glaube ich auch irgendwie nicht mehr hier also groß an die doch eine Frage stand noch im Raum ob du die 5000 Punkte auch gehalten hättest wenn du letztes Jahr reingekommen wärst nee wahrscheinlich nicht also ich wollte deutlich rauf ja ich hätte dann also ich meine das ist jetzt wirklich ich hätte Fahrradkette aber klar wenn der Markt sich dann halt in irgendeine Richtung bewegt und wir kriegen halt irgendwie ein klares Framing dann hätte ich mich da halt schon dran geklemmt vor allen Dingen dann halt eben im Daily und das wäre halt leider dann doch irgendwie ich glaube 4000 Punkte weit gekommen oder so keine Ahnung also ich mag da nicht mehr drüber nachdenken das schmerzt einfach wirklich so okay aber ja ohne ja das kann das das tut wirklich weh das tut wirklich weh lass uns nicht mehr darüber reden weil jedes Mal wenn ich drüber nachdenke kann ich fällt mir dann komme ich Ende ich mit Kopf schütteln aber gut ich trotzdem also ich möchte mich freut es ja natürlich auf der anderen Seite trotzdem wenn man halt solche solche Aussagen tätigt also wie all in ich meine ich habe das ja da dann ja auch natürlich relativiert und habe gesagt kein all in ja sowas würde ich nie so ernst meinen habe ich damals gesagt aber trotzdem man kann da glaube ich schon ein bisschen größer vom Risiko her reingehen weil die Chance einfach verdammt groß ist dass wir da halt eine deftige Gegenbewegung halt da halt kriegen so und ich weiß schon gar nicht was ich sagen wollte ich habe über das Thema zu oft nachgedacht ich glaube da kommt nur noch geistiger Dünnpfiff irgendwann neues Thema hast du vielleicht hast du vielleicht noch paar Worte zum DAX zum DAX ja da habe ich ja ganz vorhin am Anfang was dazu gesagt mal gucken ob ich den jetzt hier nochmal irgendwie schnell auf den Schirm kriege okay Gold läuft noch sehe ich gerade sehr schön guck mal hier hat der M15 das nur am Rande für die die später zugeschaltet haben du hast es nicht übertragen achso ja okay stimmt für die die später zugeschaltet haben das ist der zweite Live Trade der eigentlich überhaupt nicht geplant war aber hat sich hier jetzt auch noch so ergeben hat so zu Gold äh zum DAX also äh ja also das ist natürlich ne ich meine der quält sich hier runter eigentlich habe ich da vorhin schon alles dazu gesagt ne der setzt DAX setzt hier eben auf dem alten ATH auf das ist rein vom Wirkungsumkehrprinzip also hier vorher ATH Widerstand deftig runter so und dann halt hier gekauft rein vom Wirkungsumkehrprinzip ist das hier long das ist gar keine Frage aber das heißt ähm Berg bitte ja hier kommen ganz viele Kommentare dass man dich auf YouTube wohl ganz schlecht hört auf GoToWeb wieder nicht aber eigentlich ist hier alles sauber der Pegel ist sauber also ich höre dich gut aber hier auf YouTube sehe ich ganz viele Kommentare bezüglich deines Mikros okay weil ich habe hier irgendwie so wie ich das sehe eigentlich voll Ausschlag oder drehen wir hier ein bisschen nach sorry keine Ahnung vielleicht ist da was verrutscht aber er müsste wieder Leute sein ich schreibe doch andere ich höre Dirk sehr gut auf YouTube okay ja ich höre dich auch gut und ich höre schreien du hörst mich schreien okay also nochmal hier mit dem DAX der ist hier einfach also ab diesem grünen Ding was ich hier eingezeichnet habe ist der schon relativ klar long wegen eben der Wirkungsumkehr im Weekly beziehungsweise eigentlich hier ab der 16530 das ist eigentlich der Punkt worum es geht hier unten drunter ist halt eine legitime Übertreibung die er da hingelegt hat trotzdem darf der DAX darf er das habe ich am Anfang auch genau mit dem gleichen Wortlaut beschrieben er darf aber trotzdem hier runter ja das heißt aber nicht dass er muss und das sind natürlich immer so Aussagen wo man denkt was ist das für ein Wischiwaschi ja aber der Markt ist halt auch Wischiwaschi hier sondern ich kann ja nicht jetzt irgendwas sagen wenn ich halt sehe dass der Markt oder er hält sich ja generell an das was ich gesagt habe nämlich also vor ein paar Tagen schon gesagt habe da waren wir hier oben und haben gesagt hier unten 530 mit maximal eben darunter bis in grünen Zone deswegen gibt es ja auch noch den Pfeil hier und deswegen startet der Pfeil auch hier oben weil da habe ich das gesagt ist schon legitim wenn der da halt ab da nochmal nach oben läuft nochmal in die Long-Richtung dann halt eben eintritt aus den eben ganzen genannten Gründen eben ganz simpel und banal mit der Wirkungsumkehr aus dem Weekly die wir halt hier einfach haben und wir haben heute Freitag Freitag endet die Woche und wenn halt eben die zeitlichen Aspekte eine Rolle spielen und dann spielt der Weekly eben heute eine Rolle und von daher völlig in Ordnung wenn der Markt halt nochmal nach oben dreht ich hätte trotzdem nichts dagegen wenn der halt mal hier unten ein bisschen weiter Luft nimmt ja das kann aber auch theoretisch nächste Woche noch machen und das heißt bei der DAX auch gestern gestern habe ich nämlich oder zu gestern habe ich halt gesagt da gibt es hier nämlich noch die rote Zone da habe ich gesagt der kann hier oben reinlaufen ah hier ist so ein verrutschter Pfeil kommt das eigentlich immer zustande muss ich nachher mal gucken das heißt der kann halt schon ah will hier nichts irgendwie okay der kann halt schon irgendwie da oben reinlaufen und hier in diese rote Zone rein und dann dort halt eben auch reagieren so jetzt muss ich noch aufpassen jetzt habe ich hier gerade im Hintergrund was gehört weiß ich jetzt nicht ob ich das gut finde ob ich diese Position hier noch halten soll jetzt zum Anfang der Stunde mit so einer 5 Minuten Kerze ähm ne gefällt mir nicht vom Timing her jetzt weil das war die das war der ursprüngliche Short Entry aber gefällt mir jetzt hier vom Timing nicht deswegen gehe ich jetzt hier mit einem Punkt da raus und gucke mir das lieber gleich nochmal an also ähm das heißt ich habe halt zu gestern gesagt der kann hier oben reinlaufen und dann dort halt eben auch nochmal reagieren so und gestern ist er halt eben ist der DAX nicht weit genug gelaufen das heißt ähm das das ist so ein Ding das ist schon irgendwie wie soll ich das sagen zu sauber oder wie auch immer ähm aber der kann das halt immer noch machen der könnte immer noch hier auf die 650 also könnte hier heute das Kassagab noch zumachen könnte sogar noch höher laufen also bis da oben hin sogar auf die äh 16.720 etwa weil das eben gestern halt nicht gemacht hat also das steht genauso noch im Raum und wenn man sich jetzt mal anguckt hier unten der H1 wie der sich da unten wegdrückt sieht das Schrott aus also kurzfristig nicht wirklich ne das wäre dann schon eher so ein Ding wo ich sagen würde ja komm der drückt sich nochmal irgendwie nach oben ne wie weit muss man dann halt sehen aber halt dann möglicherweise also in genau diesem Bereich der halt gestern noch gefehlt hat das wäre schon durchaus denkbar dass der DAX das noch in irgendeiner Form dann halt eben heute macht wäre wahrscheinlich auch legitim ich gucke mal das haben wir hier bei 16.700 da haben wir wahrscheinlich den SMA20 von unten würde ich mal so tippen einfach mal so rein ins Blau getippt gucken wir mal nach 720 da sind wir ja 16.703 also von daher ja völlig legitim da oben halt auch nochmal hinzulaufen so das ist das ist das vom DAX wie gesagt darf runter aber ich glaube jetzt kurzfristig die nächsten 1, 2, 3 Stunden drückt es wohl eher nach oben und eben dann mit Maximum dann da oben bei der 720 bis 740 maximal die Eröffnung da halt von gestern aber da muss man halt natürlich dann genau drauf gucken so gut das ist das Schlusswort zum DAX alright ja sehr schön gut okay da würde ich sagen an der Stelle ich glaube das war ja soweit ja okay Gold war tatsächlich die bessere Position im DAO irgendwie ein paar Punkte also hier mal so als kleines Resümee im DAO waren halt irgendwie Skyping ein paar Punkte halt drin ich habe aber irgendwie nur 4, 5 mitgenommen weil ich halt da noch gucken wollte ob er da unten halt noch einmal stänkert oder halt eben nicht im Endeffekt dann da hingelaufen wo ich ihn vermutet habe und aber natürlich vom DAO her jetzt wirklich überschaubar also was man da mitnehmen konnte Gold dann tatsächlich besser wenn auch sehr spontan aber so generell hat der Markt jetzt nicht irgendwas gemacht was man oder was jetzt irgendwie sonderlich überraschend ist sodass ich jetzt sage das hätte ich jetzt aber gar nicht gedacht nee nee das ist schon alles so irgendwie im Rahmen und von daher finde ich das ganz okay punktemäßig kann man das glaube ich schon noch irgendwie besser hinkriegen und aber okay es ist ja auch irgendwie wichtig oder immer so so mit klar recht haben punkte machen super aber ein paar punkte und viel recht haben ist immer noch besser als irgendwie recht haben und minus also ich glaube ihr wisst was ich meine ja so irgendwie man kann es irgendwie auch dahingehend zusammenfassen ich hoffe man kann was konnte das nachvollziehen konnte was damit anfangen und vielleicht in seiner eigenen Überlegung dann halt auch mit einbauen so und wenn das so ist oder auch wenn es halt hier einfach nur so ein bisschen unterhaltungswert war ist es halt auch schön dann hat es ja auch allen was gebracht so sehe ich das auf jeden Fall war es sehr sehr gut besucht so sehe ich das auch ja sehr sehr gut besucht alles und echt jede Menge Teilnehmer und freue ich mich natürlich auch dass das ein schöner Jahresstart dann eben gewesen ist so Nelson du hast sehr gerne das letzte Wort ich verabschiede mich an der Stelle und wehe es geht bei YouTube einer vorher raus bevor der Nelson sich verabschiedet ja ich schaue ich schaue jetzt hier auf die Teilnehmerzahl wenn das runter geht dann ist deine Schuld also ich wünsche natürlich ein schönes Wochenende danke für die Teilnahme wir hören und sehen den Dirk in anderthalb Wochen wieder dann Live Trading am Morgen bis dahin passt auf eure Position auf viel Erfolg und bleibt gesund bis dann ciao ciao ciao